jo hallöschön Leute bei einer neuen Folge, hier euer P mit Mike, jo das ist jetzt das zweite Video für heute, wie versprochen kommen jetzt immer jedes mal zwei Videos, so das eine legt grad hoch, einfach nur traurig vom Mod-Party-Hacker, so das weiß ich nicht was das ist, das ist eigentlich nur hochgeladen, aber das ist irgendwie verpackt hier, wie ihr seht das ist hier und da, ja, so jetzt kommen wir zu der Auflösung von Suche YouTube Partys, Kanal, da haben sich sehr viele gemeldet, da wollen wir auch mal gucken, so wir sind jetzt hier drauf und jetzt kommt es auf die Glückszahler, ich habe mir noch keinen rausgesucht, aber wir kommen jetzt auf den Kanal, also, so, ich guck mal, wir aten ab, dann ab und 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 ab so dann nehmen wir mal ich nehme einfach mal die ok auch gut dann gehen wir zum nächsten gehen wir zur big mama so oh das ist perfekt so gucken wir mal auf set so ich habe mir entschieden wir nehmen nicht nur ein wir nehmen einfach mal zwei und der erste ist mega kredits ich nehme einmal dich wenn du das video siehst ich nehme dich wenn du jetzt die pc hast dann würde ich gerne dass dich unter das video noch mal melden dann würde ich gerne mal ein paar videos zusammen machen und du wirst mein neuer youtube-partner so zack und seldrich hat eine ps3 das ist kacke so dann nehme ich den jeremy blöd so du hast auch glück gehabt ich habe jetzt extra 2 genommen zwei meiner neuen youtube-partner darf ich vorstellen diese zwei mal den mega kredits und jeremy print ja den aber nicht auch mal gleich dann würde ich sagen das war jetzt schon die feststellung von den zwei neuen youtube-partner von mir ja das sind meine zwei neuen youtube-partner die werden natürlich verlinkt hier hoffe ich mal ob das geht weiß ich nicht muss ich gucken äh muss ich nur gucken wenn nicht verlinkt ist dann müssen wir mal gucken aber ich hoffe euch hat das video gefallen ich wünsche mir mal die gewinner sich melden bei mir und da würde ich sagen ich bin raus adios schau schau